Die Bundesregierung steht in der Kritik, mit Flügen zu den Deutschlandspielen der Fußball-EM hohe Kosten verursacht zu haben. Dabei geht es um sechs Einsätze der Flugbereitschaft der Bundeswehr für Kanzler Scholz und Mitglieder seines Kabinetts. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums haben die Flüge insgesamt 531.000 Euro gekostet. Das geht aus einer Antwort des Verteidigungsministeriums auf eine Anfrage der Linkspartei hervor. Am teuersten war die Reise zum Spiel Deutschland gegen Ungarn. Es ging von Berlin nach Stuttgart und zurück. Die Flüge kosteten knapp 115.000 Euro.